Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Entschuldigung, ihr fragt euch jetzt sicherlich warum ich hier oben bin und nicht unten, wo ich im letzten Fall aufgehört habe. Das liegt einfach daran, dass wenn du das Spiel beendest und das Spiel dann irgendwann neu startest, dass du dann immer im ersten Raum des Dungeons startest. Das heißt, ich konnte dann einfach hier hinlaufen. Glaubt mir, ich habe jetzt nichts ohne euch gemacht, falls ihr das denkt. Hab ich das Ding gerade zu mir hingezogen? Warum komme ich da nicht hin? Komm, ich darf anders sagen. Ich kann mich da hin bringen. Und das bringt mir was? Das bringt mir irgendwie nichts. Vielleicht so? Ja. Okay, das funktioniert. Wetter Freundling. Ja. Stein-Statudie, den Ausgang verspürt sich wohl schwer aus. Ja, ja, klar. Habe ich gewafft. Warum konnte ich mich denn da hinziehen lassen? Ja, jetzt bin ich sowieso wieder unten, Leute. Jetzt ist ja auch egal. So, bin wieder da. Entschuldigung. War gerade ein bisschen blöd. So. Weiter geht's. Ähm... Die Frage ist, was ich machen muss. Weil ich habe absolut keine Ahnung. Das ist das Problem. Das ist die Kiste. Verwiss dich mal. Ich komme nicht denn zu der Kiste. Denkt ihr, ich kann da hinfliegen? Ich, ich, ich will es ehrlich sagen nicht riskieren. Weil ich habe nicht mehr wirklich viel Mana. Aber ich habe das Gefühl, ich muss. Okay, 3, 2, 1, go. Bitte reich aus, bitte reich aus, bitte reich aus, bitte reich aus. Oh, thanks God. Wenn da jetzt Samen drinne sind. Das würde so einiges erklären. Da ist der Kompass drin. Ja, schön, dass da der Kompass drin ist. Aber da bringt mir ja mal überhaupt nichts. Wow, ich bin so ein Held. Ich sehe aber gerade, dass hier noch eine Truhe ist. Warum? Hey, hier kann doch gar keine Truhe mehr sein. Hä, wie komme ich denn jetzt noch wieder ganz hoch? Oh, falsch, falsch, falsch. Falsch. Boah, ey. Legt mich doch jetzt nicht alle auf hier. Alter, verpisst. Ja, Link. Boah, du bist so... Wow, ich kann jetzt nicht mehr fächern. Herzlichen Glückwunsch, Link. Das ist echt geschafft. Alter. Typen regen mich auf, ne? Wer hat diese Gegner erfunden? Ja, ich kann die nicht töten, Leute. Ich habe keinen Fächer mehr. Ich habe gar nichts mehr. Was soll ich machen? Hä, ich habe es doch wohl, hab ich. Jetzt aber. Hä, aber ich komme hier nicht mehr weiter. Hä, ich verstehe das nicht. Das regt mich doch ein bisschen auf. Danke. Danke. Wo sind die Kackfiecher jetzt? Boah, ey, ich treffe es doch. Weg. So, endlich mal ein bisschen Ruhe. Ich muss mir das alles mal ein bisschen angucken. Ah, doch, ist das doch noch getroffen. Nicht, Alter. Hättet ihr das jetzt gemacht? Ich glaube schon, dass ich darüber muss. Das glaube ich schon. Ja, wow, Pfeile. Das brauche ich. Danke. Oh. Du bist, ich habe aus Versehen, erst die falsche Taste aktiviert. Okay. So, da komme ich da hin. Da komme ich da hin. Und dann da. Ah, piss dich. Oh. Okay. 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 Ich raffe ja nicht, wie ich das machen soll. Ich raffe generell gerade überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich bin gerade echt völlig überfragt. Okay. Hey. Moment. Was ist denn, wenn ich zum Akobus wechsle? Ey, wenn das jetzt die ganze Zeit die Lösung gewesen wäre, dann rast ich aus. Da kann die Truhe nicht öffnen, ne? Ne. Hier oben kann ich auch nirgendwo raus. Kann ich die Statue nicht irgendwie einfach wegbomben? Ne. Aber ich habe doch das Kraftarmband. Kann ich das nicht irgendwie hochheben? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Wirklich, ich habe gerade wirklich absolut keine Ahnung. Ja, was bringt es mir denn jetzt, dass ich hier oben bin? Das bringt mir gar nichts. Alter. Ey, wie ich diese Typen hasse, ne? Abgöttlich hasse ich die. Kann ich jetzt da irgendwie hin? Nee, auch nicht, ne? Hä? Hä? Ich bin so überfragt. Ich verstehe gar nichts mehr. Damit meine ich wirklich gar nichts mehr. Ich verstehe gerade wirklich gar nichts mehr. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich dachte, mit dem Enterhagen wird jetzt alles viel einfacher. Aber es wird ein Scheißdreck. Ganz im Gegenteil. Das macht für mich alles nur komplizierter. Entweder bin ich einfach nur komplett dumm. Oder das hier ist einfach wirklich total behindert. Ich beende das Spiel gerade mal und starte das kurz nochmal neu. Okay. Das liegt nicht daran, dass es jetzt irgendwie was schiefgelaufen ist oder so. Sondern ich will nur am Anfang des Dungeons starten. Weil ich habe keinen Bock, mich da gerade wieder hochzuhangeln. Weil unten geht es jetzt wirklich definitiv nicht weiter. Oh, ich sollte vielleicht nochmal. Ja. Dich. Ich verstehe aber auch wirklich überhaupt nichts mehr. Ich bin so überfragt mit der Welt aufgerade. Boah, verpisst euch doch. Hier komme ich nicht weiter. Es muss irgendwas mit diesem Raum zu tun haben. Es muss was mit diesem Raum zu tun haben. Aber was? Ich kann mich auch nicht irgendwie weiter hochbringen oder so. Das geht nicht. Die einzigen Orte, wo ich mich hinbringen lassen kann, ist entweder hier. Oder drüben zu Makoros. Es gibt keine anderen Orte mehr. Ja, Makoros, das hast du mir jetzt 80.000 Mal gesagt. Ich verstehe das. Aber wie? Warum ist hier so ein Zeichen drauf? Dass ich mich einfach nur da hinbringen kann? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann ja nicht mal mehr darüber. Oh, es hat funktioniert. Habe ich nicht gedacht. Hier soll es angeblich auch noch irgendwo weitergehen, zu einer Kiste. Oh, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Nein! Och, das kann doch nicht wahr sein. Boah, es regt mich langsam auf. Boah, wo bin ich jetzt? Oh, es ist nicht euer Ernst. Es ist doch nicht euer Ernst. Ich werde jetzt verkackig ist, darüber zu kommen. Ja, war klar. Ey, was wollte ich denn machen? Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe keinen Plan. Ich kann da wieder weitergehen. Ich kann da wieder weitergehen. Es gibt nichts mehr. Was wollt ihr von mir? Der Enterhaken bringt einen Scheiß. Der Enterhaken bringt einfach nichts. Der Part ist so sinnlos. Den hochzuladen. Nee. Das sollte ich eigentlich nicht mehr machen. Weil ich schaffe ja nicht mal was. Was ist eigentlich... Was sind das für Teile? Was kann ich mit denen machen? Alter, verpiss dich jetzt. Regen mich so auf, die Gegner. Das sind die dümmsten Gegner, die man hätte einfügen können. Wow, Link. Wow, wow. Kletter doch hoch. Nicht rund. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Meine Lust schweift immer mehr. Ey, ich fand diesen... ...diesen Dungeon... ...am Anfang so cool. Der war so super. Und jetzt ist der einfach nur noch beschissen. Die haben es einfach für mich kaputt gemacht. Was ist eigentlich damit? Was kann ich da machen? Boah, diese behinderten Scheiß-Gegner. Ey, ich bring euch... Alter, ich bring euch jetzt erstmal alle um. Weckt mich doch am Arsch. Warum ist das so ausgefahren gerade? Ich habe gedacht, damit könnte es vielleicht mal Aufsicht haben. Aber nö, dann denke ich jetzt noch weniger. Ich verstehe es immer weniger. Also im letzten Part dachte ich so, cool. Enter-Haken. Jetzt habe ich völlig neue Möglichkeiten hier. Nö. Ich habe noch weniger Möglichkeiten als vorher. Das ist sogar die Wahrheit. Einen Scheiß-Dreck habe ich jetzt an Möglichkeiten. Er ist ebenso, was ich... Ich habe noch einen Kaden. Und dann habe ich... Und dann bin ich... Also bin ich... Ich habe jetzt... Ich kann das nicht mehr... Die Kaden. Ich kann das nicht mehr... Ich kann das nicht mehr... Aber in die Kaden. Jetzt bin ich wieder hier und jetzt? Ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Wofür sind die da? Leute, ich verstehe das nicht. Ich beende den Part jetzt hier. Ich muss nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Überhaupt keinen Plan. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, ich weiß bis dahin, was ich überhaupt machen soll. Ich sage bis dahin. Tschüss.